Dickmacher Mineralwasser Wassertrinken steht immer weit oben auf der Liste, wenn es ums Abnehmen geht. Denn wer genug trinkt, der kann seinen Appetit besser in Schach halten, heißt es. Möglicherweise bewirkt Wasser mit Kohlensäure aber genau das Gegenteil. Kaum zu glauben, was Forscher an der Universität Bidzeit in Ramallah herausgefunden haben, das regelmäßige Glechen Mineralwasser kann zu einer Gewichtszunahme führen. Dabei steckt bekanntermaßen nicht eine einzige Kalorie in dem Getränk. Der Studie zufolge ist es das Kohlendioxid, das nach einer gewissen Zeit zu mehr Körpergewicht führen kann. Die Forscher gaben zwei Gruppen von männlichen Ratten ein Jahr lang identische Kost und hielten die Tiere unter gleichen Bedingungen. Es gab nur einen Unterschied, die eine Gruppe bekam Leitungswasser, die andere trank Mineralwasser mit Kohlensäure. Das Ergebnis, die Nage aus der Sprudelgruppe nahmen deutlich an Gewicht zu, die Leitungswassertrinker dagegen nicht. Nach Abschluss des Versuchs stellten die Wissenschaftler fest, dass die Kohlensäure-Konsumenten unter den Ratten erhöhte Werte eines bestimmten Hormons aufwiesen. Es nennt sich Grillen. Das Hormon ist unter anderem für die Steuerung des Appetits zuständig, und zwar ebenso beim Menschen. Es wird sie deshalb auch als Hungerhormon bezeichnet. Je höher der Grillenspiegel im Blut, desto größer der Appetit. Die Nagetiere der Kohlensäure-Gruppe fraßen daher mehr. Und es gab eine weitere Auffälligkeit bei den Ratten, sie hatten außerdem eine deutlich erhöhte Menge Fett in ihrer Leber. Die Forscher führten anschließend eine kleine Studie mit 20 männlichen Studenten durch. Auch sie unterschieden sich in ihrem Ess- und Trinkverhalten nur dadurch, dass die eine Hälfte der Männer Kohlensäure konsumieren dürfte und die andere nicht. Und tatsächlich, auch hier hatte die Sprudelfraktion erhöhte Grillenwerte, die stillen Trinker dagegen nicht. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass Kohlensäure wegen der Grillenfreisetzung und der damit verbundenen Stimulierung des Appetits eine wichtige Rolle für die Gewichtszunahme und den Beginn von Adipositas bei männlichen Säugetieren spielt, so die Forscher. Noch ist die Studienlage sehr dünn. Aber wer ein Freund von Kohlensäure ist und gleichzeitig mit seinem Gewicht kämpft, für den könnte der Selbstversuch lohnen. Auch weil nicht wenige ohnehin unter Blähungen leiden, wenn sie Getränke mit Kohlensäure konsumieren, kann es hilfreich sein, mal auf das Prickeln zu verzichten. Denn ohne Blähbauch ist die Silhouette auch schon ein bisschen schlanker. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team